Musik Das bedeutet Inklusion. Inklusion ist, wenn man neu ist, wenn man anders aussieht, wenn man von woanders kommt. Und man ist nicht der, der ausgelacht wird, man ist der, der mitlachen darf. Menschen können miteinander lernen oder voneinander lernen. Inklusion bedeutet, wenn Menschen zusammenhängen, egal ob sie eine andere Hautfarbe haben, wie schwarz, weiß oder braun. Ob sie aus einem anderen Land kommen oder nicht. Ob sie dick oder dünn sind. Und ob sie klein oder rot sind. Oder ob sie eine Erinnerung haben oder nicht. Musik Du sag mal, was ist eigentlich Inklusion? Inklusion ist, wenn du eine Einschränkung hast und du genauso in der Gesellschaft aufgenommen wirst, wie jede andere. Musik Die Menschheit hält zusammen! Musik Untertitelung des ZDF, 2020